Ich denke, ich bin schneller. Ich denke, sie hat keine Schocks. 100 Meter, 100 Meter, und da fängt es richtig an mit uns. Hallo. Hallo. Eine kurze Zeitspiele hatten wir unseren allerschönsten. 9,850er. Ever. Volle Tür, kreist du mir den schnellsten Mann der Witzel haben. Du lässt deinen Kaffee nicht verfallen. Hallo. 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 Warte mal, habe ich das Gefühl, ich habe nur 10 Sekunden Zeit für dich? Kann ich nicht mehr? Komm, kick her, kick her! Wunderlich, und da fängt es richtig an mit uns. Ich bin der Kaffee nicht mehr. Ich bin der Kaffee nicht mehr.